Die ersten zwei Tage isst du mal nix. Das Trinken lässt auch weg. Dafür gehst du sieben kutzen. Wenn du ein harter Knochen bist, magst du es im dritten Tag auch noch so. Die nächsten zwei Tage trinkst du einen halben Liter Tee, sieben Tag verdäht. Das Essen lässt du noch weg. Statt den kutzen hast du jetzt die Röhe, damit du nicht zu viel bei dir behältst. In den nächsten zwei Tagen kannst du schon wieder mein Essen anfangen. Am Anfang nimmst du gleich eineinhalb bis guttend. Die halbe legt sich quer bis zum nächsten Tag. Dafür gibt es am zweiten Tag in der Phase gleich einen ganzen Schöpfer kleure Suppen. Die Einlag lässt du noch weg. Aber zumindest der Boden vom Teller is bedeckt. Nur einen kleinen Schüttelfrost in der Nacht, das verbraucht auch Energie. In den nächsten zwei Tagen darfst du noch nicht begessen. Fangst du einmal deftig an mit einem halben Löff Pferdöpfel-Büret. Zu jasen gibst du dann auch noch drei Brezen. Die legst du vor dir hin und manfst es langsam runter. Die dritte gibst du dann deiner Frau, weil du tust ja gern mit ihr. Dafür darfst du am nächsten Tag gleich ein ganzes Biskutten zum Frühstück nehmen. Zu Mittag hast du auch noch ein riesen Potzen von einem Löff Pferdöpfel-Büret auf den Teller. Wenn du ein bisschen Probleme mit der Disziplin hast und du schwer tust mit reinhalten, dann weinst du ja an den Hausarzt. Eine kleine Magen-Darmgrippe hilft dir ungemein dabei. Oder holt es dir in die Empfehlung deines Apothekers und die Baibachzetteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017